Stefan Eckert Montag bis Freitag, jeden Monat Stefan Eckert und die Macht der Gewohnheit Der Leitfaden ist eine große Liebe Stefan Eckert lebt nur für die Terminerkrise Er ist immer schon vernünftig geblieben Beginnt die Arbeit um neun, er kommt pünktlich um sieben Seine Devise, vor dem Mittagessen mindestens drei Termine Sonst bekommt er die Krise Stefan Eckert packt sich Kekse zu Nikolaus Schneidet Laufett, Rezepte aus der Brigitte aus Bei Stefan Eckert ist alles in Butter Er ist 36 Jahre alt und lebt bei seiner Mutter Stefan Eckert Stefan Eckert Stefan Eckert Stefan Eckert hatte schon mit sechs einen Bausparvertrag Stefan Eckert geht siebenmal im Jahr zum Zahnarzt Stefan Eckert trägt einen Helm beim Fahrradfahren Sein Handy hängt wie ein Colt an der Jeans abgefahren In der Videothek siehst du ihn oft, denn Stefan Eckert Guck Filme mit Michael Judikoff Jawohl, er ist ein richtiger Karriere-Typ Der nur für einen Termin, Sekretäre belügt Kollegen meinten ihn, lassen es ihn spüren Er verpetzt sie beim Chef, wenn sie Privatgespräche führen Dass es hinterhältig ist, Stefan Eckert denkt das nicht Geht es um den Abschluss, kämpft er nur für sich Arschkriecherei ist seine Leidenschaft Ihm geht einer ab, wenn der Chef zu ihm sagt Das hast du fein gemacht Seine Augenlieder zucken, wenn er nervös ist Stefan Eckert hält Philipp Rösler für den Grill Stefan Eckert Everyday in Hustleland 24x7 From 8 to 5 Whack hot for the life Stefan Eckert Everyday everyday Sorry, sorry, I can't get through The false man, oh my god We're sorry, your call cannot be completed as dialed We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time Please check the number and dial again This is a recording Stefan Eckert Everyday in Hustleland 24x7 From 8 to 5 Whack hot for the life Stefan Eckert Everyday everyday Sorry, sorry, I can't get through The false man, oh my god We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time